Ich habe die Minecraft Bauhöhe auf 4000 Blöcke erhöht. Glaubt ihr mir nicht? Kein Problem, kann ich euch zeigen. Schaut mal, ich stehe hier einfach mal ganz präzise auf ein paar Diablöcken und diese habe ich bis zur maximalen Bauhöhe hochgesteckt. So, und im Klartext heißt das, ich kann dann einfach mal runtergehen und wir fallen jetzt mal vorbei und ich zeige euch mal, wie groß und wie lang das ist. Ja, wir fallen in der Zwischenzeit noch so ein kleines bisschen. Und oh, unter uns kommt die Welt endlich wieder. Sowas aber auch. Ach, wunderbar, wunderbar. Jo, es sieht einfach so skurril aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Guck mal, wir düsen hier runter. Weiter, 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 weiter. Ach, schön. Und jetzt pass auf, gleich kommen natürlich auf den Boden auf. Boots. Meine Damen und Herren, das wäre erst die Hälfte. Dieselbe Strecke geht es nochmal nach unten weiter, weil das waren nur 2000 Blöcke nach oben. Und in die andere Richtung würde ich ebenfalls wieder 2000 Blöcke gehen können. Ich kann es mal kurz zeigen. Wir gehen mal durch den Boden hier durch. Ihr seht hier, wir haben die 1,171 gerade, aber ich habe hier schon ein neues Deepslate-Bereich generiert unten drunter. Gehen wir weiter, 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 weiter. Jetzt komme ich unten unter der Bedrockdecke raus. Und ja, wenn ich es drauf anlege, könnte ich jetzt hier, also es glitscht ein kleines bisschen rum, der nicht wundern. Ich könnte jetzt hier noch weiter bauen unter der Bedrockdecke. Ihr seht, wir sind bei minus 80 jetzt, minus 81, 82 und so weiter und so fort. Das könnte ich jetzt ebenfalls noch machen bis minus 1099. Strong, oder? Das ist schon echt nicht schlecht. Wie das funktioniert und was man über alles machen kann, seht ihr jetzt in diesem Video. Und hier ist Bescheid, wenn es etwas Neues rund um Minecraft gibt, etwas Neues, Interessantes und vieles mehr, seht ihr es auf diesem Kanal. Deswegen gerne abonnieren und verpasst sie nichts. Und falls euch das Video gefällt, gerne ein Like da lassen für den lieben YouTube-Algorithmus. Das hilft nämlich immer immens. Wenn es nichts bringen würde, würde ich es nicht sagen, weil ich bin nämlich sehr faul und mache ungern unnötige Dinge. Es bringt wirklich was, deswegen da geschehen. So, ist ein bisschen unerwartet. Folgender Hintergrund. Minecraft hat Folgendes gemacht. Nicht nur die Bauhöhe erhöht auf 384 Blöcke, nämlich bis von minus 64 bis plus 320. Also sind praktisch überall 64 Blöcke drangehangen. Einmal oben und einmal unten. Die Sache ist aber die, das hat Mojang nicht nur gemacht, sondern Mojang hat praktisch das komplette System überarbeitet. Und wenn wir ein kleines bisschen gucken mit Datapacks und ein paar Sachen ändern in den Overworld-Files, dann können wir künstlich diese Höhe erhöhen bis zum maximal, das waren jetzt ungefähr 4000 Blöcke. Ich habe ein bisschen rum experimentiert. Ich weiß nicht, was der ganze exakte Wert ist. Ich habe jetzt mal 2000 nach oben gemacht und 2000 nach unten. Das geht dann selbstverständlich ohne Mods. Ich bin hier gerade in der 1.17.1. Ich habe nur Optifine drauf, weil ich den Zoom mag und weil es performancemäßig natürlich wie immer hilft. Es sind keine Modifikationen drauf, kein Forge, kein sonst nichts. Das geht komplett ohne und auch komplett ohne Optifine. Gut. Ich kann gleich mal ein bisschen genauer sagen, wie das geht. Jedoch dachte ich mir, dass das äußerst witzig ist, einfach mal anzuschauen, wie es aussieht. Also in der Runden, wie gesagt, geht es weiter. Ich würde da jetzt nicht nochmal extra lang bauen, weil das ist ein bisschen dunkel und düster. Wir konzentrieren uns mal auf die obere Hälfte. Aber glaub mir, wenn ich sage, wenn das hier oben geht, geht es auch in die andere Richtung. Und ihr habt ja gesehen, ich kann die Blöcke runterbauen. So, es sind, wenn ich ganz genau hochfliege, 1.999 Blöcke. Wenn ich rechtsklicken mache und 9 Blocks setzen möchte, dann steht auch diese Error-Meldung, sorry, du hast die Höhenlimit von 1.999 erreicht. Aber ja, die normale Bauhöhe ist, kann ich gleich auch mal markieren, was eigentlich so Standard wäre, kann ich mal mit Gold machen, die goldene Linie. Und wir haben diese goldene Linie soeben überschritten. Das müsste auf 320 sein, weil es sind die 256 plus 64 oben drauf. Pass mal auf, gehen wir mal hier hoch. 320, das wäre die neue, genau, das wäre die alte Bauhöhe. Höher geht es normalerweise nicht. Sieht das für euch ein bisschen niedrig aus? Aber geht eigentlich, ne? So niedrig ist es jetzt auch wieder nicht. Es fühlt sich immer noch wahnsinnig riesig an. Aber wenn man sich das mal einfach... Ihr seht hier, flackert und glitscht ein bisschen was rum. Das ist aber normal, weil Minecraft damit noch nicht so ganz klar kommt. Ja, man kann es noch höher machen. So, und dann düsen wir es einfach mal hoch und genießen ein kleines bisschen die Reise. Die Sache ist die, weshalb es nicht von Mojang Sinn macht, das von Grund auf eingeführt zu haben, die Höhe auf 2.000 Blöcke zu erhöhen. Erstens praktikable Gründe. Ja, man sieht unten gar nichts mehr, höchstwahrscheinlich. Und natürlich das Spiel Lack of Doom. Wenn auch verschiedene Blöcke erhöht werden. Ihr müsst folgendes bedenken. Wenn die Bauhöhe um meinetwegen 100 Blöcke erhöht wird, dann sind ja in zweifel Jahren auch 100 Blöcke mehr, die die Welt laden muss. Und je höher es geht, umso mehr muss geladen werden. Hier oben geht das gerade noch ganz gut klar, weil Luftblöcke da sind. Und die machen ein bisschen weniger Stress. Ich habe auch ein kleines bisschen probiert, hier so zu variieren. Also mich nicht in einer Linie hochzubauen, sondern so ein bisschen von rechts nach links, so kurvenmäßig hoch zu wurschteln, weil das ein bisschen besser aussieht. Vielleicht wäre es eine gerade Linie, kann man es besser sehen. Und das Thumbnail, was ihr, by the way, gesehen habt, ganz am Anfang, oder als ihr es wieder drauf gelegt habt, das habe ich aufgenommen, indem ich hier einen Zwischenstopp gemacht hatte. Ansonsten wäre das unten nämlich zu klein gewesen. Also vielleicht kann es hier mal einigenfalls noch erkennen. Aber wir sind hier gerade mal auf der Höhe 758. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte angekommen, wie diese Diamantbrücke jetzt hier nach oben geht. Wir sind noch nicht mal auf der Hälfte der Strecke angekommen. Bei 1000 sind wir auf der Hälfte der Strecke. Wir klettern weiter und weiter und weiter und weiter. Leute, was haltet ihr denn eigentlich von einem XXXXXL Dropper? Also eine Dropper-Map, wo man, ihr kennt vielleicht die Karte, das ist ein Adventure-Map, wo man runterspringt, durch eine Welt durchfliegt und nach Hindernissen ausweichen muss, wo man ganz unten in die Wasserfläche reinplumpst. Was haltet ihr denn davon, wenn wir eine 4000-Block-hohe Dropper-Wap machen, wo man einmal runterfällt und 4000 Blöcke nach unten durchsegeln muss? Das kann man teilweise gar nicht mal sehen von der Seite. Ich habe hier unten eine Renderstens von 16 Chunks eingestellt. Als ich auf 32, 64 Chunks gestellt habe, ist das Spiel gar nicht mehr drauf klargekommen. Viel mehr geklitscht, FPS komplett in den Keller und teilweise sind die Chunks auch nicht mehr geladen, weil einfach viel zu viel, also das macht das Game halt nicht hier, auch mit dem guten PC. Ja, und sind so ungefähr, ja, ungefähr so auf der Hälfte sind wir jetzt angekommen. Aber wir gehen noch weiter. So, ich muss uns ja auch nicht hier, das war der flugende Game-Mode, wir können ein bisschen beschleunigen mit Spectator-Mode, um wieder nach oben zu kommen. Ich wollte einmal noch mal oben ein Blöckchen setzen, damit man die Fehlermeldung dann sieht, dass es dann nicht weitergeht. An der Seite nach oben und wieder zurück und hin und her. Ja, und es sieht so skurril einfach aus. Mir macht das tatsächlich Spaß, einfach nur hier hochzufliegen. Es ist einfach abartigst, abartigst, abartigst skurril, dass man so hoch bauen kann. Und jetzt dasselbe noch mal nach unten, würde ebenfalls gehen. Uff, so, wir sind jetzt auf der Höhe 1.999. Und dann höher geht es nicht. Folgendes, ich habe das versucht, ein bisschen mit Testen rauszukriegen. Manche Teile haben auch gar nicht funktioniert. Wenn ich 4.096 eingebe, funktioniert es nicht. Auch wenn man ein paar Krumme-Zahlen eingibt, geht das nicht wirklich. Dann steht Invalid-Datapack-Format. Also, dass das Spiel nicht checkt, wenn ich es versuche, hin zuzufügen. Es muss, glaube ich, ein Vielfaches der Zahl 16 sein, wenn man da wirklich einen Wert eingibt. Und dann wird das was. Ich kann eventuell mal hier den Textausschnitt zeigen aus der Textdatei, wo man sieht, wo das einzutragen ist. Das geht in die Overworld-JSON-File in einem Datapack. Ist im Prinzip auch ganz, ganz simpel. Eine ganz einfache Sache. Man ändert zwei, drei Zeilen, trägt einfach ein, wie hoch die neue Welt sein soll, lädt das als Datapack rein ins Spiel und sage Abfahrt, das war's. Um zu zeigen, wie simpel das ist. Also, hier einfach nochmal neue Welt erstellt, einfach Datapack reingezwiebelt. Ich habe das bei Zufall irgendwo mal gehört, dass das höher gehen, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube, in einem Wiki, Snapshot oder ähnlichem, dass das höher gehen soll. Und dann habe ich mir mal das Preview-Datapack von Mojang genauer angeschaut, als sie die neue Welthöhe eingeführt hatten. Da konnten wir schon der 1.17 oder als die 1.17 Snapshots waren, auch nochmal die 1.18 Snapshots irgendwie laden. Ja, also die ist die neue Welthöhe, der World Generator der Neue schon mit reingekommen. Also, da waren noch die neuen Caves unten drunter mit drin. Und da habe ich mal ein bisschen reingesneakt und habe in der Overworld-JSON einfach was drin gefunden, was die Welthöhe spezifiziert hat, Zahlen geändert, ausprobiert und schon hat's funktioniert. Deswegen hier ist das modifizierte Datapack. Ordentlich, einfach mal 4.000. Dann einfach einfügen, rüberziehen, reingeht's, ein paar Zahlen geändert, done. Und dann hat man auch einfach schon, jetzt ist es eingeschweilt. Ich kann leider aus der fertigen Map nicht nochmal auf das Datapack rausschließen, seit man das hier oben gesehen. Ja, aber ich lösche das jetzt auch wieder raus. Muss ja nicht, der Map sieht man ja alles. I know what I'm doing, Leute. Ausnahmsweise mal. Ich habe ein bisschen Erfahrung mit Datapacks bekommen durch das Programmieren für das SkyTech-Datapack, für die Advancements und vieles mehr. Und ich finde, Datapacks sind nicht mehr so ein Mysterium zu dem, was ich vorher hatte. Man kann da echt ein bisschen basteln und modifizieren. Und es ist halt einfach da, um sämtige Variablen, die vom Minecraft-Code stellbar sind, nochmal zu stellen. Und einfach, weil das so schön war, falle ich jetzt nochmal hier runter. Wir eiern nochmal komplett das ganze Ding. Es ist so wirr und weird, aber es macht so Spaß, einfach vorbei zu fliegen und runterzufallen. Als ob das funktioniert. Als ob das einfach funktioniert. Ist ja schon nice. So. Und dann hier wäre die normale Bauhöhe gewesen wieder. Und dann landen wir vorbei. Gut. Was man daraus macht, überlasse ich euch. Habt ihr nicht? Was kann man daraus machen? Ideen. In die Kommentare. Weil das schreit schon wieder fast nach einem Projekt oder ähnlichem. Problem ist halt nur, man braucht einen guten PC, weil er ist ja ruckelig, flackert ein bisschen und das funktioniert nicht so stabil. Aber eventuell kann man da irgendwas mit machen, was cool ist oder so. Müssen wir mal schauen. Leute, ich bedanke fürs Zuschauen. Wir haben hoffentlich mal wieder was Nettes und Witziges, Interessantes gefunden. Bis demnächst. Lass krachen. Und ciao, ciao.